KTM ist einer der erfolgreichsten und modernsten Motorradhersteller weltweit. Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wichtigster Erfolgsfaktor. Um unseren Erfolg auch in der Zukunft zu gewährleisten, haben wir uns dazu entschieden, unsere Top-Fachkräfte hier in Mattighofen selbst auszubilden. Insgesamt befinden sich ca. 80 Lehrlinge bei uns und werden in den Bereichen Kraftfahrzeugtechnik, Produktionstechnik, Metalltechnik, CAD-Konstruktion, Industriekaufleute, Mechatronik und IT-Technik ausgebildet. Als KFZ-Techniker darfst du von Anfang an selbst mit anpacken und bekommst bereits sehr früh eigene Verantwortung übertragen. Im Bereich des KFZ-Technikers durchläufst du die unterschiedlichen Abteilungen und lernst so alle Einsatzgebiete deines Lehrberufs bei KTM kennen. Neben der Bedienung der Produktionsanlagen und Überwachung der Fertigungsmaschinen lernst du als Produktionstechniker alle Details zur Planung und Steuerung sowie Logistik und Lagerhaltung kennen. Du übernimmst von Anfang an eigene Aufgaben und bist eine wichtige Ansprechperson in der Fertigung unserer Motorräder. Als Metalltechniker lernst du das Zusammenbauen, Montieren, Prüfen und Instandsetzen von Maschinen und Anlagen. Deine Aufgabe ist es, Fehler zu suchen und zu beheben. Du lernst das Erstellen von Fertigungsprogrammen für computergesteuerte Maschinen. Das Bearbeiten von mechanischen Teilen und die Herstellung von Ersatzteilen und deren Einbau runden dein Tätigkeitsfeld weiter ab. Als Lehrling im Bereich des Mechatronikers lernst du das Bauen mechanischer, elektrischer und elektronischer Komponenten. Hier lernst du Fehler und Störungen am Fahrzeug zu lokalisieren und zu beheben. Als CAD-Konstrukteur solltest du kreativ sein, mathematisch begabt und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen mitbringen. Es gilt, technische Berechnungen durchzuführen und normgerechte Zeichnungen von Bauteilen und Baugruppen zu erstellen. Die konstruierten Bauteile werden gefertigt, in Betrieb genommen und verbessert. Hier bist du von Anfang an mit dabei, wenn ein neues KTM-Motorrad entsteht. Hard- und Software zu installieren, konfigurieren und zu prüfen, sowie das Einrichten und Betreuen von Einzel- und Netzwerkarbeitsplätzen umfasst deinen Lehrberuf im Bereich des IT-Technikers. Hier lernst du Fehler und Störungen zu lokalisieren und zu beheben. Wenn dir der Umgang mit Menschen Spaß macht, eignest du dich besonders für den Lehrberuf der Industriekaufleute. Hier lernst du Texte und Schriftstücke korrekt und formgerecht zu erstellen, auszufertigen und zu bearbeiten. Statistiken, Dateien und Karteien werden angelegt und von dir ausgewertet. Administrative Arbeiten werden selbstständig erledigt und die betriebliche Buchführung erlernt. Dank JobRotation lernst du alle Abteilungen bei KTM kennen und bekommst einen Überblick, wie unser Unternehmen funktioniert. Als Lehrling bei KTM erhältst du auch die Möglichkeit, bei der Oldtimer-Restauration mitzuhelfen. Unsere Lehrlingsbeauftragten zeigen dir, wie viel Ready to Race bereits in einem KTM Oldtimer steckt. Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt unserer Lehrlinge sind stark. Hier entstehen feste Freundschaften beim gemeinsamen Lernen für die Zukunft. Die Begeisterung für und die Identifikation mit unseren Produkten ist überall spürbar. Wir bieten dir einen besonders hohen Anreiz, in deinem Bereich zu den Besten zu gehören. Bei gutem oder ausgezeichnetem Lehrabschluss gibt es eine KTM 125 EXC als Prämie geschenkt. Wir kümmern uns um dich und bieten vielseitige Ausbildungsmöglichkeiten an. Auch in Kombination mit Matura. Weitere Informationen online unter www.ktm.com.